Wenn es um Kunden geht, sind Sie die Spezialisten, denn Sie kennen den Bedarf Ihrer Kunden am besten. Daher wollten wir von unabhängigen Beratern wissen, welche Leistungen Ihnen bei der Einkommensabsicherung besonders wichtig sind und haben unterschiedliche Berater aus ganz Deutschland zum Dialog eingeladen. Mit Ihnen haben wir sehr intensiv die Anforderungen an die neue BU der Bayerischen diskutiert und viele Anregungen und Wünsche eingesammelt. Ganz besonders wichtige Anforderungen sind für einen Stern nominiert. Zum Beispiel die sehr guten Ergebnisse der Ratingagenturen für unsere Bedingungen. Denn so sehen die Kunden, dass die Leistungen top sind. Oder die lebenslange Pflegerente, die wahlweise eingeschlossen werden kann. Denn dieser zusätzliche Baustein ist sinnvoll bei der Einkommensabsicherung. Ebenso wichtig war die Ergänzung, dass gesundheitsbewusste Kunden jetzt mit einem Bonus belohnt werden. Denn sehr viele können direkt davon profitieren. Auch das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis war sehr wichtig. Schließlich muss ja das Gesamtpaket stimmen. Und die Absicherung bei Arbeitslosigkeit ohne Mehrbeitrag wurde als absolut sinnvolle Ergänzung betrachtet. Für einen Stern nominiert wurden auch die Arbeitsabläufe rund um die BU der Bayerischen. Insbesondere die Gesundheitsprüfung vor Ort, weil der Berater sofort weiß, ob und wie der Kunde versichert wird. Wichtig auch der papierlose Antrag mit elektronischer Unterschrift, weil Kunde und Berater eine Menge Zeit sparen. Natürlich gab es noch viele andere wichtige Anregungen. Am Ende entstand so die beste BU aller Zeiten der Bayerischen im Directors Cut. Eben von Beratern für Berater und Kunden. Die Bayerische. Versichert nach dem Reinheitsgebot.